Schoki Banoki verlässt hier das Studio. Wir wollen jetzt mal los. Wie der Backstage hier. Achtung mal die Tür auf. Gut erzogen, ich helfe älteren Leuten. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie wir hier aus dem Studio wieder rausgehen. Ist ganz wichtig, weil es gibt ja Leute... Christian hat die Kühltasche mit dem Bier, ich habe den Technikkoffer und der Tobi von den Morning Pints, der ist sowieso immer da. Der trägt seine Plastiktüte. Mit Bier. Wir gehen jetzt hier durch den langen Gang, den man schon mal im Backstage gesehen hat. Zum Auto ist natürlich dunkel und langsam wird es hell. Pass auf, gleich kommt bestimmt Licht. Ah, genau. So langsam wird es... Ein Weg wie in den großen Arenen dieser Welt. Man sollte nicht glauben, dass wir alkoholisiert sind oder sowas. Das ist nicht der Fall. Guck mal, der Christian hält zu Glück mein Bier. Ich habe eins selber. Weil ich ja den Koffer und die Kamera habe. Und da kann ich ja nicht auch noch das Bier haben. Ich habe ja nicht... Mein Herz bricht, hörst du es? Ist das nicht auch ein Lied irgendwie? Was? Ein Glied? Ein Lied. Mein Herz bricht. Vor Rammstein, glaube ich. Mein Herz. Mein Herz bricht. Mein Herz brennt. Also, genau. So, Tobi mach mal die Tür auf. Genau, super. Wir gehen hier aus dem... Tobi, mach doch mal ein Foto, 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 Foto. Warte, warte, warte. Mach doch mal ein Foto von... Es regnet. So, so rum. Guck mal. So rum. Foto, 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 Foto. Wir müssen mehr ins Rotlicht hier rein. Haben wir hier ein Rotlicht? Nein, haben wir nicht. Aber da oben ist so ein... Christian versteckt sich immer ganz gerne. 3, 2, 1. Das war Backstage. Wir sind jetzt gleich beim Auto von Christian. Und fahren nach Hause. Und dann ist alles gut. Dann hat das ganze Elend hier endlich ein Ende. Reicht jetzt auch. Reicht jetzt auch. Ist jetzt gut. Mach das aus jetzt. Cheerio mit Sophie. Tobi, sag mal Tschüss. Tschüssing. Tschüssing? Was ist denn Tschüssing? Soll ich Tschüss sagen? Tschüss? Danke. Na. Tobi, �畫. Da sind Sie. Jetzt im Kaufmann. Ist ja zwei malcomitiert ist,